Tja Leute, hallo, herzlich willkommen. Ich habe leider gerade die letzten Parts aufgenommen von Modern Storm und, ähm, was heißt leider, mir ist jetzt gerade beim Nachbearbeiten aufgefallen, dass ich einen totalen scheiß Ton habe, äh, ist nicht zu verwerten, deswegen tut es mir leid, ich werde den Ton rausschneiden, natürlich möchte ich euch das Video trotzdem präsentieren und werde es etwas musikalisch untermahlen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video, also es waren geile Rennen mit dabei, deswegen bleibt dran und dann beim nächsten Part geht es aber ganz wie gewohnt weiter. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020